heute herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft jungle fever es war sogar perfekt getimed super david david muss mich dran gewöhnen zu der david zu sagen oder daraus oder daraus nee ich versuche die leute bei real life namen zu nennen real life das was alex nicht hat lustig nimmst noch auf ja so bin gerade beim holz hacken weil ich gerade so eine art kleine brücke bauen möchte auf die andere seite ich zeige es euch gleich und wer nicht weiß genau was ich meine der schaut einfach am besten die letzte folge und dazu brauche ich dschungelholz und wer wissen will was die anderen so anstellen am besten auf den kanälen die sind alle in der beschreibung verlinkt einfach nachgucken wir haben auch schon ganz viele tolle sachen angestellt alle geile sachen gemacht alles bei mir gucken los alles kann es sein dass du bis jetzt jeden tag eine folge gebracht hast echt krass der einzige bis jetzt dieses sparginau ist das folge hindert es du tut du 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 duoby du 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 dualles Das mit der Stütze, das mache ich später irgendwann, das machen wir erstmal, so. Zack, zock, zock. Glaubt mir, das wird ein richtiges Paradies hier. Das wird mega Projekt des Todesprojektes. Das ist so ungefähr, weißt du noch, daraus, als wir im Ultra-Projekt weggezogen sind, mit den hohen Bäumen. Ja. So in etwa, fast. Wir machen das hier natürlich viel geiler. Ja, auf jeden Fall, so. Brücke, ey, das passt genau, dann ist die da drüben. Ey, so hat man eine viel schnellere Verbindung über die Bäume und so. Ähm, warte, dann fähle ich die unter mir mal. So. Brauchen nämlich, also ich brauche jetzt hier für die Brücke ein Batzenholz. So. Zack. Was machst du, Alex? Ich baue hier gerade noch meinen Eingang mit Pisten und so. Hier ist wieder ein Baum, der nicht richtig gefällt ist. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Ich weiß nicht. Der hat das nie gelernt. In der Minecraft-Schule. Der war auf der Minecraft-Sonderschule, weißt du. Bisschen abgekackt. Was? Bisschen abgekackt, würde ich mal sagen. Jaja. Ich habe ja Minecraft studiert, deswegen bin ich so der Bro. Krass, Mann. Läuft bei dir. Schau mal vor, man könnte Minecraft studieren. Ey, ohne Wiss ich würde es sofort machen. Wer würde noch Minecraft studieren? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Immer noch Stream? Oh, warte. Genau. Minecraft studieren als... Ey, das wäre so geil. Es gibt ja Minecraft als Schulfach oder... Oh! Creepali! Gibt ja Minecraft sozusagen als Schulfach in einigen Klassen oder Schulen. In Schweden, glaube ich. So in den Dingen, Schulen, wo man den Namen lernt. Und was ich... Ja. Nein, eben nicht. Was ich auch noch gehört habe, dass es eine Einrichtung gibt für jugendliche oder schwer erziehbare Jugendliche. Nee, für irgendwas mit Gewalttaten ist das. Ja, genau. Gewalttätige Jugendliche. Und dass die dann irgendwie durch Minecraft ihre Gewalt abbauen. Genau. Die bauen auf dem Server und jeder hat sein eigenes Grundstück und Griefen und alles wird bestraft und so lernen die, dass das nicht richtig ist oder irgendwie sowas. Ja, das finde ich mega geil, die Idee. Das ist so, Alex. Das ist richtig geil. Warum lacht er jetzt so dreckig? Ich weiß nicht. Das klingt lustig. Creeperly und ich war zu laut. Nein! Creeperly! Okay, jetzt brauchen wir hier irgendwie Stützen für die Brücke. Bull? Bounce! Ah! Skeletter! Eins weg. Und das nächste weg. Sehr geil. Ah Gott, mal wieder hier alles weggefetzt. So ärgern wir den Tamster mal ein bisschen. Oh fuck. Boah, wie mache ich das jetzt? Kann man irgendwie Creeper-Damage hier ausstellen? Schade! Können wir Creeper-Damage ausstellen? Ne, warum? Die Creeper pissen mich an. Der ist schon der zweite, der hier was zerstört hat. Tja, so ist das nun mal im Dschungel, mein lieber Freund. So. Was hat er denn zerstört? Wieder Bäume, die ich wieder abgeben muss und alles später. Ohhhh. Legt auf. So, ups. So, ich brauche das Holz jetzt. Äh, dann machen wir hier so die erste Stütze hin. Guck mal. Hier sind ja todesviele Kühe. Hm? Hier sind ja todesviele Kühe bei mir. So. Der nächste. On the other side. Warte. Mach mal so. Die ganze Gegend hier ist so geil, ich muss immer aufpassen, wo ich gerade einen Baum, äh, abfällen möchte. Du musst nichts kaputt machen von der Umgebung. Ohhhh. Was ist los? Ich bin zu tief gefallen. Ich bin gerade am Stützen bauen, für meine Brücke. Ich habe nur noch drei Herzen. Nein. So. Ja, ja. Das soll cool werden natürlich. Deswegen mache ich dann jetzt hier so Stützen hin. Ich habe jetzt schon so voll die verwinkelten Wege. So. Wer hat sich da oben reingegraben. Kann man nämlich einmal hier lang gehen. Und dann machen wir einfach random. So. Hier noch eine Stütze hin. So. So. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Und machen dann noch. Hier. Zack. Zack. Und hier. Zack. Eine Stütze hin. So. Da kommen dann noch Stützen hin. Dann haben wir hier nämlich eine wunderschöne Brücke. So. Ich hatte schon seit... Was? Nur so. Ich frage. Was ist mein Ernst? Was machst du? Ich bau Wege. Okay. Und Stege. Genau. Einen Steg habe ich schon da unten. Geht mir jetzt nur noch deinem Boot. Guck mal, ob oben, ne. Schon mein... Da gewachsen ist. Mein Gras. Ach. Es wächst und gedeiht. Schön. So. Huch. Oh nein. Was ist los? Okay. Ich brauche Holz habe ich noch. Gut. Dann mache ich jetzt noch Zäune. So. So. So sind wir da oben. Trink ein Stück. Was? Was macht ihr? Ich hab halt getrunken. So. Uh. Also mir gefällt es hier. Das ist so geil. Mein Baumli. Mein Bäumli Haus. Bäumli Häusli. Bäumli Häusli. So sagen doch die Schweizer, oder? Keine Ahnung. So. So. Ich empfehle noch Fackeln hier an den Seiten eigentlich. Ey. Das gefällt mir richtig gut, was wir hier schaffen. Wir sind einfach The Masters of the Universe. So. Und jetzt gehe ich Tempster killen. Dein Ernst jetzt? Machst du mit? Ne man, Tempster ist cool. Ich weiß. Gerade deswegen. Oh. Warte mal. Das kann ich. Oh. Da kann ich was Essbares draus machen. Der hat doch voll viel Level. Oh. Der wird ragen. Der wird sagen. Oh man. Jetzt muss das Kind wieder seinen Spaß haben. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Der wird voll mad sein dann. Winke ich. Alex töten. Sicher? Alex wird noch madder sein. Du kannst mich gar nicht töten Digga. Alex. Alex hat voll. Full Iron. Stimmt. Ich könnte mich jetzt mal auf ne Minentour vorbereiten. Ich hab noch gar nicht gemalt. Ich hab noch gar nicht gemalt. Ich hab noch gar nicht gemalt. Und ein Diaschwert glaube ich auch noch. Äh. Das behalten wir. So. 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 Dann haben wir halt keine Fackeln. Das ist nicht schlimm. Was hat er noch? Full Dias. Äh. Diaschwerter meine ich. Oh. Ist er weg. Er hat es gerochen. Dass wir die töten wollen. Ja. Er hat es gehört. Genau das gehört. Alles. Alex hat es vor gewohnt. Uiiiiiii. Genau. So. Oh nein ey. Ich brauch unbedingt was zu essen. Thames hat bestimmt was zu essen. Bei den anderen klauen. Ja Mann essen ist wichtig. So. Bin eine Biene. So. Jetzt hab ich das endlich mal fertig. Das ist voll unnötig. Was hast du gemacht? Er hat was ganz cooles gemacht. gemacht. Etwas richtig unnötiges. So. Jetzt. Gehen wir mal gucken. Ich glaub da hinten. Oder Kalle hat schon. Ja warte ich komm mal kurz. Und gucken. Alex hat voll das gechillte Haus. Ich bau mir das so. Das ist so ne Festung. Eher. Wird übel verwinkelt. Aber es wird geil. Kannst ne Brücke zu mir rüber bauen. Ich bin das vier. Vier. Äh. Scheiß wie heißts. Vier Windrichtungen Haus. Äh. Äh. So. Ja guck mal. Ähm. Lol. Du hast mit Pisten tatsächlich. Oh wie geil. Nice Alex. Das hat er gemacht. Das hat er gemacht. Was richtig cooles mit Pisten. Das kannst du hier zumachen. Wuhuu. Diegschiedig. Diegschiedig. So guck mal. Ähm. Hier würde ich jetzt keine Brücke rüber machen. Aber guck mal. Ich habe vor die Brücke da von mir an den Baum. Dann über diesen Fluss darüber zu machen. und dann könnte man eventuell von hier auf den baum und dann wäre das mit der brücke da hinten verbunden dann könnte ich will auf jeden fall auf der seite weil da die bäume sind da weiß ich noch nicht und hier wollte ich auch irgendwas ja brücken würde ich sagen entweder hängebrücken oder so brücken mit stützen wie ich da jetzt gebaut also das ja wo halt hängen wo es erst nach unten geht wo sie tief hängen und dann geht es wieder hoch ok ja ja ist cool cool ich bin müde ja ich bin müde komm mal mich besuchen alex dinge warte ah hier geht es ernsthaft hast du jetzt wirklich cool der hat das haus ja fertig gebaut der will wahrscheinlich von hier eine brücke nach darüber machen wir werden so vernetzt sein lol das haus von alex kompetentes hinbekommen da hinten ist da was ich bin gerade wollte wollen wir hier alles angucken ja guck hier lang das hier ist mein sprungbecken da springe ich von oben immer rein also schnell runter gehen dann habe ich vor mich hier durch den berg zu graben alex wie hast du das hinbekommen hier geht es mit der brücke dann ganz rüber dann geht es hier hoch da kannst du ja das so Digger draufsetzen Fackel oder so ja eben oh Gott und hier geht es dann hoch zu mir hier oben ein gechilltes lager von wem ist das haustier das ist von Tempstor ne ja welches hier auf dem Boden ja von Tempstor und hier muss ich mir noch was überlegen und weiter oben kommt irgendeine Aussichtskuppel oder so irgendwas dann keine Ahnung muss ich mir noch was überlegen boah mega nice auf jeden Fall soll ich es probieren ja oh Gott das ist so geil geh mal weg geh weg shit boah ich wollte dich treffen und rüber foxen das ist so geil ganz oben ja warte mal warte David ich komm jetzt ich will nicht weh tun ne ne ich mach dir nichts das ist so geil ich hab all mein Haar von gut dabei ja und dann ganz nach oben das ist so geil von hier oben einfach alles zu sehen überall nur Dschungel und guck hier runter springen wo nach wo ja da runter in den ach in den Becken ja da rein in den Becken mit der Gerät guck und da hinten baut Schlendi wo Veni wo Veni baut weiß ich nicht bist du jetzt gesprungen ja toll wenn Schlendi so gesehen mein nächster Nachbar ja so gesehen ja wo baut Schlendi achso die Plattform da ne warst du eigentlich schon mal bei mir Alex ne ne ja doch ach doch 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 ja stimmt du hast mich ja getötet er dachte du wärst ne Kuh man ja man ist so atemlos durch die Nacht la 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 jumpen über die Bäume jumpen über die Bäume mach Basti oft in seinen Träumen oh ja da ganz schön räumt aber egal so in meinen Träumen mach ich auch ganz viele andere Dinge mit ganz bestimmten Personen oh ja Basti oh man ihr seid so widerlich so wir sind gleich schon bei 18 Minuten oh ja oh ja oh ja da ist ne Melone ich hab Chaos Flo gefunden ich bin so müde jedes mal wenn er ne Melone sieht sagt er ich hab Chaos Flo gefunden boah wir haben gest 3 Uhr WTF ja läuft bei uns so sehr nice ich bin so müde abkacken was muss kacken abkacken wieso geht die Scheiße jetzt nicht auf boah boah ich glaub kacken muss ich auch mal oh ja es wär auch mal wieder angebracht sonst kriegen wir mal Verstopfung das wär nicht so schön das wär nicht so schön oder doch boah oh ja oh ja Verstopfung jo ich muss ne Stengel holen ums rauszukriegen was 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 geht mit euch hier an Huhle und Zahnstocher gemeinsam keine Ahnung sie stochern in Essensresten oh mein alter oh mein oh mein oh mein gott alter 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 das ist nur böse niemals der war richtig scheiße man oh man nur weil du warst gegen Alex äh versagt er war richtig cool man echt geil er drängt er direkt wieder aus David kannst du mal sagen wie wird man eigentlich so behindert äh man wird so geboren oder ich glaub entweder waren deine Eltern Geschwister oder das ist jahrelanges Training oder es waren deine Geschwister Eltern was was hey Basti ruhe es ist zu spät es ist zu spät es ist zu spät oh nein es ist zu spät du hast Pasti gesagt nicht Basti echte ja hat er nein du hast Pasti gesagt ich hab Pasti verstanden ja wie gesagt ist es spät ah du hörst nicht mehr richtig ah nein nicht sterben es ist 20 Minuten vorbei das heißt Folge vorbei und tschüss vorbei ja tschüss bis zum nächsten Mal haut da rein tschüss tschüss